ja freunde weiter geht es hier auf dem kanal vom old gaming dead lp wir haben es doch tatsächlich jetzt endlich geschafft wieder die taste zu finden die es uns ermöglicht hat unser liebes panzer hier als u-boot zu verwandeln jetzt bin ich gerade überlegen bin ich jetzt am richtigen und richtigen glaube nicht nein ich bin nicht am richtigen ok also wieder zurück es ist alles aufregend wo ist denn das zement aber auch so warte mal hat es jetzt alles hier oben nein kruzifixi luja sag ich dann auch wieder verkehrt haben wir wieder verkehrt ach man das ist wo war denn das jetzt manchmal bin ich so blind das ist das eine da war doch da war es bisher ich glaube dass hier was oder denke ich mal aber so und da glaube ich muss ich irgendwie muss ich doch da gut sie türken hallo hilfe bin festgepickt festgepackt alles hier ja hier was glaube ich da muss ich hoch und da hatte ich schon einmal bisserl was erledigt war ich froh dass ich das gefunden habe ja das war jetzt gar nicht so einfach das jetzt hier zu finden und beziehungsweise dass ich jetzt das wieder hingekriegt habe dass ich mit dem ding wieder tauchen kann ich weiß zwar nicht wie viel dass wir da abschließen müssen da oben fahren überall welche lang ja wie geht es denn jetzt hier eigentlich weiter hier ist nichts zum zerstören außer die komischen behälter wie kann man denn das jetzt kaputt machen da haben wir mal noch was alles zerstören was hier da ist ich hoffe dass ich mich nicht selber noch irgendwie in die luft jage würde ich ja auch noch fertig kriegen jetzt kann ich da aber immer noch nicht rein jetzt hier noch irgendwas könnt ihr mir vorstellen das geht jetzt wahrscheinlich ewig so viele kann es doch gar nicht geben aufhören der produziert wahrscheinlich immer hier drin ich kann aber da hier nichts zerstören also zumindestens schauen wir einfach mal ich bin da drinnen ok ich bin hier drinnen aber sagen wir eine rakete verschossen das hat uns jetzt überhaupt gar nichts gebracht ich muss das ding irgendwie still legen die frage ist bloß wie ob ich jetzt von außen rankommen weil die möglichkeit hat es ja gegeben da war ja auch so ein tor was abgeschottet war aber es wird mir ja auf der landkarte nicht angezeigt dass ich da noch einmal hin muss da bin ich jetzt momentan echt überfragt acht minuten haben wir bis jetzt aufgenommen kann man hier drinnen noch mal irgendwas machen hier ein ich würde ich würde ich würde ich würde ich da kann man nichts kaputt machen das geht ja jetzt stundenlang so wahrscheinlich es hilft uns ja nichts was kann man denn da machen nichts dann müssen wir halt ach ja ich weiß es nicht was wir machen müssen er zeigt ja nichts an da kann ich da kann ich einfach nicht rein wie kann ich das abschalten da komme ich nicht hoch da gibt es nichts was man kaputt machen kann keine ahnung bin ich echt überfragt jetzt also halbe stunde dinge abschießen mag ich jetzt aber auch nicht das garantiert wieder irgendetwas total simples und einfaches und ich komme wieder mal nicht drauf also das bringt uns jetzt überhaupt nicht weiter also werden wir da wieder runter fahren jetzt hier irgendwas noch nein keine ahnung dann tauchen wir halt wieder also irgendwie habe ich das gefühl dass wir hier nicht weiter kommen das wort das von hier oben hier gibt es nichts zum zerstören so halt wieder raus vorne tun wir mal vorsichtshalber abspeichern man weiß ja nicht was so alles passiert keine ahnung was ich machen soll ja ja ist ja gut kerl bleibt halt nicht überall hängen kann man hier nochmal irgendetwas machen ne das ist auch schon alles zerstört also sind wir erst einmal wieder hier oben ja dann weiß ich momentan hier überhaupt gar nicht weiter ich weiß hier nicht weiter wir können höchstens mal zu dem anderen vorfahren vielleicht ist das ja offen bin mir bloß nicht sicher wo das wieder war in diesem komischen labyrinth verfahre ich mich immer ganz gerne so das ist der abholpunkt der bringt mir nichts weil ich ja den auftrag noch nicht erledigt habe ok gut was sagt denn eigentlich die map ja ich muss da in diesen grünen kreis und muss das vernichten ja ja alles nicht so einfach was sind das da eigentlich da oben ach so da komme ich nicht ran das haben wir schon alles zerstört ja ich komme da nicht hin da an die dinger komme ich nicht ran das ist immer noch abgeschottet also gut von hier aus komme ich nicht ran gibt es hier nochmal irgendwas zum abschießen nein dann müssen wir halt wieder hoch weiß die maus noch mal kein faden ab müssen wir auf die andere seite rüber fahren das war glaube ich irgendwie da hinten durch ob ich das wieder finde wo war dieses tor da war es das hier aber nein das war es nicht ok sind wir wieder mal irgendwo gelandet hier ich habe keinen blassen dunst leute brauche ich das zeug ne von dem zeug brauche ich nichts aber müssen wir wieder zurück fahren mensch wo war denn das war das das hier oder das hier gute frage ist eine gute frage kann man immer gut gebrauchen welches war denn das jetzt das war nicht da nein das war doch nicht da oder das war doch hier irgendwo ja ich bin jetzt erst einmal ein bisschen sprachlos weil ich jetzt wirklich wieder nicht mehr weiß wo wir hin müssen was hat das hier nicht für eine bewandtnis was hat das hier für eine bewandtnis was hat das hier für eine bewandtnis ist braucht mir nicht also braucht mir nicht wie sich das wieder alles abgefahren hat hier da das da war es genau naja jetzt ist das tor offen jetzt können wir da rein fahren aber zumindest ist es tor offen ich kann auch nichts mehr zerstören keine ahnung ich gehe hier rum wie so ein die ice cave hmm keine ahnung auch mann liegt doch nicht mehr durch jetzt bin ich hier wieder war ich wieder hier rum wie er geisteskranker dass auch wauer nee das haben wir da hinten rum das haben wir nicht ergründen können was das ist ob das bloß match ist ok noch mal tauchen welches ist denn jetzt wieder welches loch das war glaube ich oder da bin ich noch hergekommen das ist die andere eishöhle jetzt haben wir doch da drin auch alles erledigt kann man denn da hier nichts abschießen nichts zu stören es kann doch wohl nicht was sein jetzt bin ich da in dem komischen dingen naja das war das war der schacht wo wir dann umgewandelt worden sind zum u-boot wo wir dann tauchen kunden das ist schon jetzt ein bisschen nervig würde ich sagen ein bisschen nervig ist es jetzt wauw 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 was und was kommt jetzt eine missel der zähler bloß kann zeug das ist mit dem auftauchen das haut nicht so richtig hin wo kommt denn hier eine missel her erzähl doch kein zeug fliegt nicht durch keine ahnung ich bin wieder hier und schaue recht doof keine ahnung leute ich blick nicht durch ich habe keine ahnung wo wo ist jetzt da der haken wo ist da der haken ich weiß es nicht werden wir aufhören sage ich dankeschön fürs reingucken hat mich gefreut und wenn ich weiß wie es weitergeht kommt das nächste video ansonsten weiß ich auch nicht weiter es hat alles kein nährwert ok ja wenn wir halt feierabend machen und dann sage ich heute rio bis zum nächsten video tschüss bye-bye adb dätschi euer old gaming dead lp ciao tschüss 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 tschüss